Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ja, auch an Heiligabend habe ich mir die Zeit genommen, für Sie ein kleines Geschenk vorzubereiten und Ihre Treue zu belohnen. Vielen Dank, dass Sie uns das Ganze ja soweit begleitet haben. Viele schon seit Anfang des YouTube-Kanals. Wir sind mittlerweile bei zweieinhalb Jahren YouTube und wir sind wirklich stolz darauf, dass wir immer noch so eine tolle Frequenz bei einer guten Qualität und vielen tollen Menschen an den Markt bringen können. Was haben wir uns für Sie überlegt? Und zwar werden Sie wahrscheinlich genau wie die meisten von uns an Heiligabend sehr viel zu tun haben. Das ist Familienzeit, das muss gekocht werden, es müssen Geschenke gepackt werden oder vielleicht noch die letzten Geschenke eingekauft werden. Und wenn das alles erledigt ist und Sie sich zurücklehnen können und dann in Ruhe das Video ansehen und erfahren, dass wir am 25. und am 26. Dezember des Jahres 2018 im gesamten Onlineshop eine versandkostenfreie Lieferung für Sie anbieten ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro, dann ist das unser kleines Entgegenkommen für das Jahr 2018. Falls Sie jetzt noch das ein oder andere Geldgeschenk an Weihnachten unverplant haben, dürfte das Ihre Probleme etwas einfacher machen. Ich hoffe, Sie schenken Ihren Liebsten selbstverständlich viel Gold und Silber. Ich hoffe auch, dass Sie gesund bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie wirklich das friedvollste und liebevollste Fest, das sich nur wünschen können. Und all denjenigen, die keinen Weihnachten feiern, wünsche ich selbstverständlich auch einen schönen Feiertag. Ich freue mich sehr, dass Sie auf unserem YouTube-Kanal sind, dass Sie unseren YouTube-Kanal abonniert haben, dass Sie uns regelmäßig Daumen hoch geben und vor allem, wenn Sie hier unten in die Kommentarfelder Ihre Wünsche und Ihre Grüße schreiben, würde ich mich auch sehr freuen. Bis bald, spätestens an Silvester. Gibt es einen kleinen Jahresrückblick, von daher seien Sie gespannt, was da auf Sie zukommt. Wir sehen uns, wiedersehen.